Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slameranger. Wir, ne da will ich nicht runterfallen, wir wollen den Schlüssel verwenden, den wir im Inventar haben. Und das werden wir jetzt auch machen. Ich überlege noch, welches Türchen wir nehmen. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier hinten das eine, was so am äußersten Rand ist. Ich muss nur gucken. Da hinten war es. Ähm, ja, die Slimes hier, die interessieren mich erstmal nicht. Die hab ich ja alle schon. Und die Slime-Kacke kann ich mir auch instant bei mir farmen. Die haben wir auch alle schon. Ähm, ja. So, wo war das Türchen? Da hinten war es. Das sehe ich jetzt erst. Hier ist ja eine Slime-Statuette. Äh, ja, cool. Okay. Na dann, Sesam, öffne dich. Moosbett. Okay, was erwartet uns hier? Hallo? Ernsthaft? Pinke Slimes? Katzenslimes? Sonst nichts? Toll. Ich hätte mir hier ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Was ist denn das? Äh, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Gibt es hier irgendeine neue Fruchtsorte oder sowas? Was ist das? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja. Was bist du für ein Huhn? Gestrüpp-Huhn. Nehme einfach mal mit. Nehme einfach mal mit. Die kann ich nicht einsammeln. Toll, ich dachte, hier gibt es irgendwas Neues. Außer neue Hühner gibt es hier ja gar nix. Gocke, dich brauche ich sowieso. Gocke, dich brauche ich sowieso. Also, Neues gibt es hier auf jeden Fall nicht. Schade. Außer, ja toll, außer sowas. Ja, gut, das war's. Hä? Nein. Autsch. Autsch. Das ist ein bisschen enttäuschend gerade für mich. Schaffe ich das bis da rüber? Ja. Ja, halt die Augen offen, es grenzt ans Meer, schön. Hui, was ist denn das? Hilfe! Bist du dämlich? Jump das Vieh erstmal schön ins Wasser rein. Ey, du Arschloch! Euer. Äh. Aua, lass mich doch mal in Ruhr, Mann. Ist das ein blöder Drecksfischer? Kann man die einsaugen? Nee. Schade. Ah, wir haben eine neue Slime-Kacke entdeckt. Wenigstens ein, was Gutes. Ja. Aber anscheinend gibt es hier sonst nichts Neues. Da unten war noch so eine Kugel. So ein versteckter Schatz oder wie man das nennt. Und wo bin ich hier gelandet? Was sind das da unten? Das da unten sind doch so eine Klee... Oh, was schmeiß... Ey, ich muss die hier wegschmeißen. Das geht nicht anders. Honig-Slime! Honig-Slime! Wir haben eine neue Slime-Art entdeckt. Cool! Ich schaff's auf gerade ab. Interessant, da gibt es ja doch was Neues. Äh, ja gut. Scheiß auf die Küken hier. Minzmango. Interessant. Hier, bleibst du mal hier. Wo ist der hin? Da. Meine. Ist sehr interessant hier. Wir brauchen noch mehr von den Honig Slimes. Die Minzmango reicht uns eine vollkommen aus. Aber anscheinend... Okay. Ach, für die hier sind wir ja gekommen. Ja, für die hier sind wir gekommen. So, dann möchten wir jetzt mal auf gut Glück hoffen, dass wir hier noch ein paar Honig Slimes bekommen. Komm, reck dich voll. Was ist denn das da drüben? Wir haben ja fast alles aufgedeckt. Schön. So, Honig Slimes. Ich will noch mehr von euch. Ich will noch mehr von euch. Ich hoffe, dass ich hier noch ein paar finde. Was ist das? Oh, hier gibt es ja doch ein Haufen neues Zeug. Was ist das? Was ist das? Ein Portal. Ähm... Ja, wir gehen erst mal rupf. Okay. Ja, das gab gut Geld. Ähm... Die Honig Slimes... Ja... Die kommen natürlich jeder zum Labor. Ähm... Wir setzen euch... Ne, hier setzen wir den Garten hin. Frucht Cocktail. Frucht Cocktail. Okay. So, und hier kommt der Honig Slime hin. So, hohe Rände. Fangnet... Plot Sammler. Was essen die? Frucht. Und... Haben... Haben wir noch ein paar... Äh... Ja, den ihr Lieblings essen wird wohl die Minze sein. Da wir die aber momentan noch nicht haben. Wenn... Wie sieht's hier aus? Ja, sehr schön. Ähm... Aber wir haben noch mehr Früchte. Äh... Okay, das können wir auch mal einsammeln. In... Ja... Und... Die Hühnchen... Keine Ahnung... Ich weiß nicht, was ich mit den Hühnchen machen soll. Ähm... So... Ich hab so viele Hühnchen, die könnte ich eigentlich verfüttern. Und dafür hier hinten was anderes hinmachen. Sooo... Die 3... So, die Gocke... Äh... Äh... Ja, gut, ne? Und... Keine Ahnung. Ich schmeiß mal erstmal hier mit rein. Oh! Hä? Sooo... Guck mal, hier auch erstmal ein paar Ausmerzen. Und einmal einsammeln. Ähm... Hier, wir wollten die füttern gehen. Die Honig Slimes. Guck mal, hier. Guck mal, hier. Und jetzt? verfüttert. So. Ja, das steigt auf jeden Fall sehr gut an. So, die Herzdinger werden hier draußen an die blauen verfüttert. Oder wir verfüttern. Moment. Ja. Hier kommt die rein. Und die Herzdinger kommen hier rein. Ja, gut. Okay. Läuft. Wir haben wieder ein bisschen was herausgefunden, was das Lieblingsessen der Slimes ist. Und der Honig-Slime 321 läuft. Ach nee, das ist ja das. Das ist was anderes. Was der Gold. Ach so, okay. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und Bis dahin.